Heute ist der Verkauf von Corona-Schnelltests für Privatpersonen gestartet. Als erste bieten Aldi Nord und Aldi Süd entsprechende Selbsttests an. Auch die Supermarktkette Lidl verkauft sie bereits, allerdings bisher nur online. Brogeriemärkte wie Rossmann und DM wollen Schnelltests von Dienstag an ins Sortiment aufnehmen. Verschiedene Supermarktketten haben Ähnliches angekündigt. Selbsttests haben eine höhere Fehlerquote als klassische PCR-Tests. Bei mir im Studio begrüße ich nun meine Kollegin Anja Martini. Anja, was verkaufen denn die unter anderem Discounter da und wie läuft das Ganze überhaupt an? Also die Nachfrage scheint ziemlich hoch zu sein. Das heißt, in den meisten Geschäften scheinen die Tests wirklich schon ausverkauft zu sein. Wir haben jetzt nicht alle in Deutschland geprüft, aber es scheint wirklich so zu sein, dass die Nachfrage sehr hoch ist und die Leute wirklich Interesse an diesen Tests haben. Das, was sie verkaufen, das sind sogenannte Selbst- oder auch Laientests. Und das sind Tests, die einfach nur ein Stäbchen haben, was man vorne in den Nasenraum geben muss sozusagen. Und dann kann man testen, ist man positiv oder ist man negativ. Und wie sicher sind diese Selbsttests? Das heißt ja, wir haben es vorher auch schon gehört, dass sie ein wenig ungenauer sind als PCR-Tests. Ja, der PCR-Test ist sozusagen die Goldstandard, das ist das Allerbeste, was wir haben, das ist der Goldstandard. Und diese Selbsttests sind halt etwas unsicherer und vor allen Dingen zeigen sie, wenn man eine niedrige Viruslast hat, nicht richtig an. Das bedeutet dann, wenn die Viruslast am höchsten ist, das ist meistens kurz vor Eintreten der Symptome, dann zeigen diese Tests das schon an. Aber sie sind insgesamt eben ein bisschen unsicherer und die Trefferquote ist nicht so hoch. Und sie haben auch das Problem, dass wenn sie nicht richtig angewendet werden vom Nutzer, dass es dann auch eben Probleme geben kann und dass sie dann eben nicht sicher sind. Das bedeutet also, dass dieser Test, egal wenn er positiv ist, er muss immer durch einen PCR-Test wirklich immer bestätigt werden. Es ist immer nur ein Verdacht. Sie sprachen an, nicht richtig angewendet. Das ist ja, glaube ich, eine gute Frage, der wir mal nachgehen sollten. Kann man denn irgendwas falsch machen, wenn man da mit dem Stäbchen in der Nase rumbohrt? Ja, ich glaube, man kann was falsch machen. Also es gibt ja verschiedene Varianten an diesen Tests. Es gibt Spucktests, Gurgeltests und eben diese Nasentests. Und die Frage ist immer, erwischt man wirklich die richtige Stelle sozusagen? Man muss also mit diesem Stäbchen wirklich in der Nase, in der vorderen Nase, Gott sei Dank nicht mehr hinten den Nasenrachenraum erreichen, sondern in der vorderen Nase Material erreichen quasi. Die Discounter zeigen anhand von Videos, wie das funktioniert. Das heißt, man kann auf den Online-Portalen abfragen, wie geht das und wie funktioniert das, wenn man so einen Laientest in der Apotheke erwerblich käuft, dann kann man da wirklich nachfragen, wie funktioniert das eigentlich und dann erklären die Apotheker und Apothekerinnen das. Das heißt, man muss da schon genau aufpassen, dass man nichts falsch macht. Wird denn eigentlich der verstärkte Einsatz von Selbsttests auch im Ergebnis zu einem, also mehr PCR-Tests führen und dann auch zu höheren Infektionszahlen? Es kann schon sein, dass es dann mehr PCR-Tests geben wird. Denn die Menschen haben ja immer noch oder viele Menschen haben ja keine Symptome oder sind symptomfrei, wenn sie eine Corona-Erkrankung haben bzw. eine Infektion haben. Dann sind viele sozusagen symptomfrei. Und das merken die also gar nicht, sind aber infektiös. Und das bedeutet, wenn jetzt viele Menschen diese Selbst- und Laientests machen, dann findet man auch die, die symptomfrei sind. Und die würden dann mit einem positiven Selbst- bzw. Laientest ein PCR machen. Und das kann sein, dass dann die Zahl einfach nochmal steigt. Nun zahlt ja die Bundesregierung jedem Bundesbürger ab nächster Woche einen Schnelltest. Das ist einer. Ist das die richtige Strategie? Müsste man dann nicht dann auch mit Selbsttests, die man vielleicht mitunter im Discounter kauft, da auffüllen, um sozusagen ganz sicher zu gehen? Also ich glaube, dass die Bundesregierung, wenn sie einen Test in der Woche zahlt, schon mal einen richtigen Schritt in die richtige Richtung geht. Ich glaube, dass man aus dieser Pandemie, aus dieser jetzigen Situation, in der wir sind, aus diesem Shutdown nur rauskommt, wenn man verschiedene Schritte geht. Und einer wird sein, dass man einen Selbsttest bezahlt bekommt. Aber die andere Variante wird eben sein, dass man wirklich selbst auch sich darum kümmert, Selbsttests zu machen. Und wenn man sich abends zum Beispiel verabreden möchte mit der Freundin, dass beide einen Selbsttest machen, wenn man irgendwo hingehen möchte, dass man das wirklich dann für sich klärt und sagt, ich bin für diesen einen Abend wirklich virenfrei, der Test hat es angezeigt. Das ist eine grobe Sicherheit, mehr ist es ja nicht. Und dann kann man sich ein bisschen weiter raustrauen. Es ist also ein Schritt in Richtung Öffnung und ich glaube, dass das ein richtiger Schritt ist. Danke, Anja Martini, für das Gespräch. Gerne. Glockenläuten Glockenläuten Untertitelung des ZDF, 2020